Der dümmste Arsch hier. Ach, der dümmste Arsch. Der Direktor? Das ist immer so dieser Kakao-Rumme in der Hand. Das tut der immer so, als wäre er so... Und ich hab den noch nicht einmal an Bord. Nee, der ist immer dabei. Immer dabei, immer dabei. Wobei hat dich der Hausmeister zuletzt erwischt? Letztens war ich auf dem Klo, da hab ich gefloggt. Der Hausmeister hat gemeint, vielleicht darf man nicht vloggen. Was? Ich mach immer eine volle Arsch. Bei mir war das mit Selfies so. Ich versteh das gar nicht. Wo mach ich Selfies? Natürlich. Überall. Letztens wollte ich mein Brötchen fotografieren im Unterricht für Instagram, logischerweise. Und durfte ich auch nicht. Wer ist der größte Arsch hier an dieser Schule? Es gibt so viele. Wir hatten die wenigsten Abonnenten. Auch generell einfach unseren Partner. Ja, irgendwie praktisch. Du fühlst mich immer so richtig cool, oder? Ja. Ich glaub, wir denken dann gleich noch mal. Drei, zwei, eins. Mark. Ja, auf jeden Fall. Man wird dann immer sagen, Hey Leute! Wir lernen enorm diese spirituelle Welt kennen, die das innerliche Sein mit YouTube verbindet. Gerade das ist elementar wichtig für die weitere Entwicklung des Geistes. Wir sagen auch gerne Schakka. Du filmst es. Ohne Scheiße, ich kann nicht ernst verdenken. Ja Freunde, das war's jetzt hier mit Comedy Rocket. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn's denn gefallen hat. Und unten in die Comments auf jeden Fall mal irgendwie ein paar nette Sätzchen reinhauen. Dann machen wir jetzt Hausaufgaben, ne? Ja, würde ich sagen. Komm. Ja.